Voller Slip für die Liebe. Ein duftend erotisches Treffen. Während Jana auf ihren Freund Veit wartet, muss sie bereits nötig groß. Später im Hotelzimmer verschafft sie sich endlich Erleichterung. Sie macht sich den Slip randvoll, sehr zur erotischen Freude des Geschäftsmanns, dessen Geliebte sie lediglich ist. Wird sie mit dem gemeinsamen Fetisch diesen unglücklichen Status ändern können? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de